Ich kenne dich schon ewig. Also ich war sehr beeindruckt zu Zeiten von Corona. Ich habe in dir einen großen Fürsprecher gefunden. Ich war ziemlich alleine während der Corona-Zeit. Ich habe dann gesehen, okay, da ist noch einer, der ist genauso irre wie ich. Der hat genau die gleichen Gedanken dazu wie ich. Und das hat mir geholfen. Sage ich dir, wie es ist. Also danke auf jeden Fall. Ich meine, ey, ich bin stolz auch auf dich, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Bist wahrscheinlich ungeimpft geblieben, ne? Denk ich mal. Selbstverständlich. Ich bin 2021 auch im Zuge meines Kampfes inhaftiert worden. Ich bin fünf Tage nach Stadelheim gekommen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Auf euch ist Verlass Cosex. Oh shit, man, Alter. Kongs 8i. Kongs BTV. Rated mit einer Gruppe von 170 Personen. Ich küsse dein Herz. Wer bist du, Cousin? Wir hängen gerade Wäsche auf, mein Juts da. Wer bist du denn, Digga? Digga, wo hast du uns hingerated? Das ist hier Wäscheaufhäng-Stream. Ich küsse dein Herz, Bruder. Komm, Discord, wir müssen reden. Ja, lad ein. Bruderherz, Ausrufezeichen Discord. Let's talk, Bro. Ich weiß nicht genau, wie das abgeht. Ich weiß nicht genau, wie das geht, Digga. Ich kann nicht mehr. Ja, Bruder, Lovelock ist manchmal überfordert, Bruder. Hier, Wäsche aufhängen gerade, dann kriegt man hier ein Raid rein. Äh, Discord hat neue Audio-Geräte. Nicht wechseln. Yo, 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 yo. Yo, einen wunderschönen guten Abend. Tagchen. Na, alles gut? Ja, bei dir? Alles gut, danke. Warte mal kurz. Wir müssen mal kurz gucken. Weißt du, wie ich hier, wie kann ich denn jetzt hier, wie kann ich denn beim Raum das so machen, dass man da auch, ah, jetzt hat, glaube ich, habe ich, dass man die Kamera auch sieht, weißt du? Siehst du meine Kamera jetzt? Ich sehe deine Kamera. Ähm, ich würde normalerweise auch meine Kamera anmachen. Ich habe jetzt für Discord kein Greenscreen eingerichtet und meine Freundin schläft hinter mir. deswegen würde ich die jetzt auslassen, aber normalerweise streame ich mit Kamera. Ah, okay. Also die Leute wissen auch eigentlich, wie ich aussehe. Ansonsten, ähm, ja, keine Ahnung, ich schicke ein Bild von mir rein oder so. Schade, Digga, wäre schon cool gewesen. Aber ist auch nicht schlimm. Alles gut. Nächstes Mal, Digga. Hast du gerade gestreamt auch, oder was? Ja, wir haben auch gerade gestreamt. Wie hast du es denn dann gemacht ohne Kamera? Ach so, nee, ich, Bro, ich habe eine Kamera. Nur, ich habe im Stream einen Greenscreen. Das heißt, du siehst nur mich und hinter mir quasi steht das Bett und da schläft gerade meine Freundin. Und da ich die im Discord nicht habe, würdest du halt mein ganzes Zimmer sehen, weißt du? Ja, okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Alles gut, mein Jutzer. Was geht ab, Digga? Wie kommst du dazu? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich schon ewig. Also, ich war sehr beeindruckt zu Zeiten von Corona. Ich habe in dir einen großen Fürsprecher gefunden. Ohne es zu wissen, ich habe so ein bisschen von dir gehört, als du diese interessanten Interviews geführt hast zu Themen, die man ja normalerweise nicht ansprechen darf, wie die Form der Erde, gibt es das Weltall, lass mal über Gott sprechen und so weiter. Und ja, ich war ziemlich alleine während der Corona-Zeit und ich habe dann gesehen, okay, da ist noch einer, der ist genauso irre wie ich, der hat genau die gleichen Gedanken dazu wie ich und das hat mir geholfen. Sage ich dir, wie es ist. Also, danke auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz, das sind sehr, sehr, sehr schöne Worte. Und ich kann da auch, also ich weiß genau, was du gerade meinst. Das war bei mir nämlich genauso mit anderen Kandidaten. Das ist immer schön, wenn man Leute findet online, natürlich auch im echten Leben, wo man das Gefühl hat, die denken auch, wie man selbst, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen als crazy von den meisten Menschen hingestellt wird, tut es echt gut, jemanden zu finden, wo man sich selber auch sieht, sage ich mal so. Weißt du, damit man sich halt wirklich nicht so alleine fühlt, wie du es gerade gesagt hast? Ich habe in der Zeit Freunde, Bekannte und Familienmitglieder verloren, die bis heute keinen Kontakt mehr zu mir möchten. Echt? Weil, ja, das war mein Verbrechen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir hier einer großen Gefahr gegenüberstehen. Ich habe versucht, die Leute daran zu erinnern, dass der Fall der Mauer noch keine 100 Jahre her ist und sie jederzeit wieder so ein Diktat aufziehen können und auch werden mit Corona. Dann habe ich mich sukzessive geweigert, die Maske zu tragen und das hat dann letztlich zum Familienbruch geführt. Onkel und Tante haben sich abgewandt. Die haben nämlich darüber gesprochen, dass Hunderte und Tausende Menschen sterben werden, unter anderem natürlich auch wegen mir. Und als dann klar war, dass ich mich auch nicht impfen lassen werde und sogar davor warne, sich impfen zu lassen, war ich unten durch. Natürlich, Freunde haben sich auch abgewandt, Bekannte auch, teilweise mit Sprüchen wie jetzt bist du endgültig durchgedreht. Ja, also bis dahin gingen meine Schwurbel-Ideen noch. Aber als ich dann anfing zu sagen, dass der Staat uns was Böses will, ich sage mal nur kurz, Kontergan, Schweinegrippe, Brutkastenlüge, Staaten sind ja immer unsere Freunde. Nee, nee, dann bist du auf einmal komplett irre, wenn du sagst, der Staat will dir was Böses. Ja, das finde ich halt auch crazy. Ich meine, ey, ich bin stolz auch auf dich, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Bist wahrscheinlich ungeimpft geblieben, ne? Denke ich mal. Selbstverständlich. Ich bin 2021 auch im Zuge meines Kampfes inhaftiert worden. Ich bin fünf Tage nach Stadelheim gekommen. Ist jetzt nicht gerade der angenehmste Knast in Deutschland, eher so der wohl verrufenste. Kenn ich? Kumpel von mir war auch da. Ja. Ja, dann, ne. Wie jetzt? Was hast du denn gemacht? Sie haben ein Verfahren gegen mich aus dem Jahre 2014 ausgebuddelt und neu wiederbelebt. Es ging angeblich um nicht gezahlte Steuern und es fiel ihnen genau dann ein, als ich angefangen habe, mich live zu streamen während der Ausgangssperre, wo ich den Leuten halt zeigen wollte, lasst euch nicht unterdrücken, niemand kann euch verbieten, rauszugehen, kommt bitte mit mir auf die Straße und damit habe ich dann wohl ein zu viel gebracht und ja, dann klopft es an der Türe und ich konnte mal erstmal schön von Düsseldorf aus nach München fahren. Nee, Digga, das ist ja krass. Ja, hatte sich dann, wie gesagt, auch aufgeklärt natürlich. Das war alles Schall und Rauch, aber das hat natürlich auch ein bisschen Eindruck hinterlassen. Ich habe mir dann mal eine Stunde Auszeit von meinem Protest gegönnt und dann weitergemacht. Digga, das ist aber trotzdem hardcore, Alter. Das ist natürlich auch ein brutaler Zufall. Ja, Bro, das ist mein Lieblingswort geworden, Zufall, ne? Ist ein brutaler Zufall, dass die dann so was finden, ne? Ja, ja. Ja, wir haben uns gestern ein Video im Stream von Domian reingezogen, da hat so ein Banker angerufen, ne? Und der hat dann dem Domian erzählt, wie die Banker so agieren und wie die teilweise halt auch mit Leuten, gerade auch mit Erbsachen und Verstorbenen und so, wie die die halt schön ausnehmen, so, weißt du? Und dann hat der Domian auch gemeint und der Typ auch gemeint, ja, man darf denen nicht vertrauen und man sollte da hinterfragen. Und dann habe ich ein Domian Video gesehen, wo es dann darum ging, dass der Staat uns eventuell auch was Böses möchte. Und dann ist es natürlich wieder so, nein, was bist du denn für ein rechter Verschwörungsmystiker, der irgendwie hier irgendwelche komischen Theorien verbreitet, so, weißt du, wie ich meine? Das finde ich halt echt auch crazy, wie die Leute das nicht wahrhaben wollen, dass auch staatliche Organisationen und Menschen, die auch für den Staat arbeiten, uns Menschen teilweise nicht immer was Gutes wollen, so. Weißt du, wie ich meine? Das muss man doch sagen dürfen. Nee, klar. Ich habe immer nach dem Credo gelebt und damit bin ich super durchs Leben gekommen, dass alles, was der Staat hat, gestohlen ist und alles, was der Staat sagt, ist gelogen. Und ja, ich habe noch meine Gesundheit mir bewahrt. Mir geht es nach wie vor sehr gut. Und ich kann nur sagen, wer sich daran hält, der wird auch wahrscheinlich bis ans Lebensende gesund durchs Leben kommen. Also sagst du wirklich, dass alles, was der Staat sagt, gelogen ist, oder was? Ja, und das meine ich auch genauso, wie ich es sage. Und das kann man auch an mehreren Punkten sehen und belegen, denn wenn es nicht so wäre, würden sie auch keinen zwangsgebührenfinanzierten Rundfunk für fast 10 Milliarden Dollar brauchen oder Euro. Wenn das so wäre und sie würden uns die Wahrheit sagen oder sie hätten Gutes im Sinne, würden ihnen die Leute freiwillig folgen. Das Gegenteil ist der Fall und somit baut der Staat natürlich auf unfassbar viele Gesetze. Ich nenne es mal Gesetze wieder der Natur. Kurzes Beispiel. Du sollst nicht töten, ist ein natürliches Gesetz. Das weiß jeder. Du sollst im Kreisverkehr nicht aus dem Fenster pissen. Weiß eigentlich auch jeder. Brauchen wir aber ein Gesetz für. Und auf diesen Gesetzen bauen sie dann halt auf, um uns immer weiter in unserer Freiheit einzuschränken. Und die Spitze wurde fast erreicht während Corona. Und das Gruseligste ist, rückblickend, ja, es hat ja funktioniert. Weißt du, wer mich überhaupt angeschissen hat? Das waren ja nicht überall Polizisten. Das waren Nachbarn. Das waren Leute, die mich in der Bahn beobachtet haben. Digga, also ich hab jetzt, ne, ich bin auch gut gebaut. Viermal, fünfmal die Woche Fitnessstudio. Opas haben mich in der Bahn geschubst und angebrüllt, weil ich keine Maske anhatte. Und ich bin ein friedliebender, reflektierter Mensch. Wenn die das in Düsseldorf beim Falschen machen, weil die sich jetzt plötzlich stark fühlen durch den Staat, ey, da frisst du ein Messer in Düsseldorf. Ich dachte mir, woher der Mut? Seid ihr alle irre? Ja? Ich bin dann einfach weggegangen, weil ich würde niemals mit jemandem, ne, also ich weiß, dass die Leute nichts dafür können. Die sind manipuliert worden, ne. Die sind da hereingefallen. Ich tue niemandem was zu leide, aber gerade da mal an den Falschen mit der Einstellung, weil der Staat das und das sagt, plötzlich die Leute anzugreifen, ne. Ja, das ist halt, das ist halt auch so ein Phänomen, ne, in Deutschland so ein bisschen dieses Bevormunden und dieses anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben und was nicht, weil der Staat so und so gesagt hat. Ich kenne das selber. Und ich merke das auch, ich lebe in Mexiko, weißt du, ich merke, dass hier in Mexiko zum Beispiel war die Impfquote noch höher als bei uns in Deutschland, leider, weil die Mexikaner sich auch nicht wirklich mit Dingen auseinandersetzen. Wenn der Staat sagt, dann glauben die das erstmal so. Aber kein Mexikaner ist auf die Idee gekommen, jemand anderem vorzuschreiben, zieh mal die Maske an oder du bist nicht geimpft und deswegen bist du ein schlechter Mensch und so. Die sind nicht so in diesem Bevormunden-Vibe unterwegs, so, weißt du, die sind mehr so, jeder soll das machen, was er für richtig hält, ich mach das, was ich für richtig halte, so, weißt du. Ich sag halt, guck mal, wenn du jetzt sagst, der Staat belügt uns bei allen, also der lügt nur komplett 100 Prozent, denke ich nicht. Ich denke, es gibt Themen, da müssen die uns gar nicht anlügen, das macht keinen Unterschied, ob wir da die Wahrheit wissen oder nicht, weißt du. Ich glaube, es sind explizite Themen, wo wir nicht, also ich würde auch nicht immer sagen, dass wir immer komplett angelogen werden, sondern ich würde auch ein bisschen differenzierter an die Sache rangehen und sagen, es gibt Themen, wo die uns nicht die hundertprozentige Wahrheit sagen, sondern nur so Teile der Wahrheit uns sagen und gewisse Dinge einfach zurückhalten, so, weißt du, wie ich meine, das ist so der Film vom Staat, glaube ich. Ich würde das vielleicht vergleichen mit einer kaputten Beziehung, du bist in einer Abhängigkeitsrolle, jetzt sagen wir mal aus der Position der Frau, ja, du hast im Leben nichts gelernt und wolltest halt gerne Hausfrau sein, was ja absolut legitim ist, ich befürworte dieses Familienmodell und du bist aber an einen Sadisten oder Lügner geraten und ja, der sagt dir halt auch zweimal am Tag die Wahrheit, aber wenn es dann mal nicht so ist, wie er es will, lügt er und wenn die Lüge nicht ausreicht, wird er auch gewalttätig und das haben wir während Corona gesehen, wenn wir uns an die Proteste erinnern, sie sind gewalttätig geworden, als wir die Lügen nicht mehr ausgereicht haben. Ja, ja, ich habe es gesehen, ich habe selber live vor Ort miterlebt, wie die ein ältere Ja, stimmt, du hast ja da gefilmt und da sind ja auch einige Sachen von dir weggesperrt worden damals, da habe ich mich richtig aufgeregt. Ja, ja, das Video ist auch ab 18 jetzt mittlerweile und das Originalvideo, ja, das Originalvideo vom Trepp, also dieses erste Video, was ich zur Corona-Thematik gemacht habe, wurde auch gelöscht, weißt du, wie ich meine und da habe ich halt auch wirklich, also ich habe das auch in meinem Musikvideo zum Beispiel mit eingebaut, Szenen, die ich selber aufgenommen habe auf der Demo, wie die halt wirklich zu acht, neunten älteren Mann zusammengeschlagen haben und sowas zu sehen, also das in live mitzusehen, jemand, der demonstriert hat, der niemandem irgendwas Böses getan hat, dass der dann da auf die Fresse bekommt von Beamten, von eigentlich Menschen oder von der Polizei halt, die uns eigentlich beschützen sollte, so, das hat mit mir definitiv auch was gemacht, so. Also mein ganzes Bild von, also mein ganzes Bild von dem Land, in dem ich groß geworden bin, wo ich mich auch zugehörig fühle, weil ich halt einfach auch halb Deutscher bin, so, ne, mein ganzes Bild hat sich verändert. Ich bin so frei und so glücklich in Deutschland groß geworden und ich habe die Sachen, die wir da haben, weiß ich bis heute noch zu schätzen auch teilweise, aber das Bild vom Land hat sich einfach extrem verändert, als ich gesehen habe, wie Menschen miteinander umgehen, die eigentlich miteinander leben sollten, so, weißt du, das war halt einfach eine krasse Zeit, das zu sehen, so. Nicht nur, Bro, ey, meinetwegen mach mit, lass dich impfen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnmal, alles schön und gut so, aber warum willst, warum, warum haben die so krass mitgemacht, in anderen Leuten einzureden, dass sie schlechte Menschen sind, weil die nicht mitgemacht haben, weißt du, das ist das, was mich am meisten enttäuscht hat. Da muss ich sagen, diese Enttäuschung ist den älteren Semestern gar nicht neu, jetzt sind wir beide noch was jünger, als die Mauer gefallen ist und alle Wiedervereinigung gebrüllt haben, da gibt es ein sehr historisch wichtiges Foto zu, vielleicht hast du das schon gesehen, da stehen Uniformierte und die Leute freuen sich und die Mauer ist eingerissen worden und die reichen ihre Hand an ihr eigenes Volk, es sind ja alles Deutsche, ne, wie irre das ist und die erwidern diesen Handschlag nicht, sondern stehen da einfach Stone Cold daneben und das hat mehr Wirkkraft, finde ich, als jedes Beispielvideo, als, ne, das klingt jetzt vielleicht hart, als jeder Opa, der verprügelt wird, um einfach zu zeigen, wohin totalitäre Strukturen führen und warum es so wichtig ist, für sich selbst zu denken, über sich selbst zu verfügen und sich nicht vereinnehmen zu lassen von Ideologen, weil, und ich kann jetzt nur auf das Wissen zurückgehen, auf das ich mich jetzt berufe, ist unser Geschichtsbuch, wann immer eine Ideologie die Oberhand erreicht hat, stand am Ende der Gewehrkolben, das Gulag und der Genozid, es hat noch nie zu etwas Gutem geführt, also warum mit der Masse gehen und in den Untergrund, also in den Abhang, ja, warum soll ich mitlaufen und sterben? Ich will leben, ich bin lebensbejahend, ja, das stört mich auch übrigens an dieser Klimaproblematik, das ist für mich ein reiner Todeskult. Wie kann ich das Foto finden? Ich will das mal kurz meiner Community zeigen und was gebe ich da hin? Ich hoffe, ich gucke, ich frage mal kurz einen Kollegen. Manche Leute im Chat sagen, der ist voll radikal und der übertreibt voll und so, ich sag mal so, Digga, jeder hat ja seine persönliche Ansicht von den Dingen, ich finde es vollkommen legitim, dass der Bruder, mit dem wir hier gerade reden, diese Meinung hat, die er hat und ich finde auch nicht, dass er irgendwie gerade übertreibt oder radikal wirkt, also für mich wirkst du jetzt auch nicht radikal. Meine Frage, die ich jetzt hätte noch, nach dem, was du gesagt hast, ist quasi, was ist, wie gehst du damit um und was ist dein Lösungsvorschlag, was sind deine Lösungsansätze? Also mein Lösungsansatz ist natürlich zum einen, deswegen streame ich seit vier Jahren, darüber aufzuklären, das heißt, dass möglichst viele Leute den Gedanken verwerfen, dass es eine gute Idee ist, ich nenne das mal, sich selbst zum blinden Befehlsausführer zu machen, ja, auch wenn du eine Uniform trägst oder was auch immer, kannst du nicht von Natur aus dazu berufen werden, über andere zu entscheiden und schon gar nicht über Leben und Tod, das ist mir sehr wichtig und ich bin auch irgendwo Idealist, ich würde jetzt nicht sagen Ideologe um Gottes Willen, ich sehe das genau wie du, ich würde niemals jemanden verbieten wollen, sich impfen zu lassen, ich habe Leute in meiner Familie, die haben sich geimpft, also von wegen, ich wäre radikal oder so, ich sperre dann keinen in den Keller. Ja, was ich will, ist, dass nicht mir das aufgezwungen wird, das auch zu tun, ich möchte nichts weiter, als dass ich das für mich selbst entscheiden kann und das will ich den Leuten halt weitergeben, entscheidet für euch selbst und eins meiner aktuellsten Ziele, weil ich glaube, da hängt sehr viel dran, damit wir noch eine Zukunft haben, ist zum Beispiel, dass ich versuchen möchte, die Schulpflicht in Deutschland zu torpedieren, ich sehe das als höchst problematisch und auch gefährlich an das System und veraltet und dann mache ich zum Beispiel Sachen, dass ich auch Professoren zu Wort kommen lasse über YouTube, die dann erklären, dass es bessere und andere Modelle gibt, damit es halt auch nicht heißt, da sitzt jetzt wieder dieser dumme Schwurbler, hat von nichts eine Ahnung, sondern die Leute wirklich sehen, okay, da gibt es Rechtsgelehrte, da gibt es Gelehrte, die uns sehr darüber aufklären und das dann auch in einem sehr interessanten Tonus machen, Videos gehen so 30, 40 Minuten, ich versuche halt den Leuten Freiheit zu vermitteln, denkt für euch selbst, handelt für euch selbst, setzt euch keinen Zwängen aus. Ja, fühle ich, fühle ich, also einer schreibt gerade im Chat, wieso konnte er das nicht selber entscheiden, wir konnten das noch selber entscheiden, ob wir uns impfen lassen oder nicht, aber der Druck ist immer größer geworden und wir waren, wir standen, falls ihr es vergessen habt, standen wir kurz davor, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen in unserem Land, deswegen, das war nur noch, das war nicht mehr weit weg, bis das gekommen wäre, deswegen, das ist das, was er meint, weißt du, und das fühle ich auch und alleine schon, dass wir so krass ausgegrenzt wurden und dass wir am sozialen Leben nicht mehr richtig teilnehmen konnten, alleine, das ist schon asozial as fuck, weißt du, wie ich meine, nicht ins Fitnessstudio, nicht in Restaurants, nicht in bestimmte Läden reinkommen, während alle anderen, die sich diesen Pieks geben lassen für eine Bratwurst, das machen konnten und dann eventuell mit Nebenwirkungen zurechnen haben, also Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, also das war schon viel zu viel, meiner Meinung nach, weißt du, und das mit der Schulpflicht, das sehe ich genauso wie du, also ich sage auch, ich finde, wenn ich Kinder bekomme, dann werde ich meine Kinder wahrscheinlich nicht in Deutschland großziehen, also ich würde das nicht gerne wollen, weil da halt die Schulpflicht da ist, ich bin zum Beispiel einer, ich könnte mir vorstellen, meine Kids auch, auch wenn Amerika auch sehr, ja, kaputt ist, was das System angeht, so, da ist immer noch Freedom of Speech wird größer geschrieben, also das First Amendment, so, da hast du viel mehr freie Meinungsäußerung als in Deutschland zum Beispiel und du kannst auch viel mehr Entscheidungen für dich und deine Familie treffen, so, du kannst Homeschooling machen, du kannst Privatschulen in der Community aufbauen, da gibt es so viele verschiedene Modelle, wie du da deine Kinder noch normal und frei großziehen kannst, deswegen, also ich will auch nicht dazu gezwungen sein, meine Kinder in diese Organisation reinzugeben, die immer mehr kaputt geht, so, weißt du, ich sehe ja immer mehr Sachen, dann können irgendwelche Kinder Sexspielräume in Hannover, dann kommen die mir mit irgendwelchen Dragqueen Vorlesungen und irgendwelchen LGBTQ Flaggen im Klassenzimmer und so. Agenda, 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 ja. So, ich will nicht gezwungen sein, meine Kinder dem auszusetzen, weißt du, wie ich meine, ich will immer noch selber entscheiden dürfen, was meine Kinder zu sehen bekommen und von wem die verwirrt werden und von wem nicht, so, weißt du, das sind ja meine Kinder, so. Richtig, vielleicht für dich dann als kleine Motivation, die zwei, drei Prozent in Amerika, die Homeschool bekommen, überragen 85 Prozent derer, die in staatlichen Schulen gehen, was die Leistung angeht, also was kognitive Fähigkeiten angeht, was naturwissenschaftliche Fächer angeht, ja, das musst du dir mal überlegen, das kleine Prozent, was Homeschoolt wird, überragt von den Fähigkeiten her 85 Prozent derjenigen, die in staatliche Schulen gehen. Ich denke mal, diese Statistik spricht für sich. Das spricht für sich so, das macht aber auch für mich total Sinn, weißt du, wenn du ein Kind, zum Beispiel auch einfach, meiner Meinung nach ist es auch extrem wichtig, gerade bei Kindern, deren Talente und das, was die gut können, hervorzuheben und das zu fördern, weißt du, und es geht natürlich viel besser, wenn du dich einzeln um Kinder kümmerst, als wenn du alle in ein Klassenzimmer reinsteckst und dann sagst, ihr müsst alle gleich funktionieren. So, weißt du, wie ich meine, das ist, das kann halt nicht so gut funktionieren, wie wenn du auf die einzelnen Bedürfnisse des Kindes eingehst, so, weißt du. Ja, insbesondere, was ich so traurig finde und das haben aber zum Glück einige auch verstanden, weißt du, wem in der Schule das größte Unrecht angetan wird, tatsächlich uns Männern. Ich will uns jetzt gar nicht in die Opferrolle stellen, um Gottes Willen. Doch, mach ruhig, alles gut. Gut, Feminismus macht das auch oft genug. Ja, hast du recht, Bro. Geil, hast du recht. Ja, dann stelle ich uns jetzt mal volle hier in die Opferrolle und buhu, jetzt heule ich euch mal die Ohren voll. So. Jungs sind nicht dafür gemacht, die ganze Zeit still zu sitzen und das sieht man halt an ihrem Bewegungsdrang und ja, was macht man daraus? Richtig, ein Geschäftsmodell, in dem man sagt, der hat ADHS, denkt sich also eine völlig neue Krankheit aus, von der nie noch jemand gehört hat und pumpt die Kinder voll mit Drogen. Ja, und was wird aus jemandem, der Drogen seit frühester Kindheit bekommt? Kein selbstdenkender Mensch, sondern ein Abhängiger. Ja, und die werden abhängig von Diktat und Propaganda. Ne, also Kinder, insbesondere Jungen, ja, sind nicht dafür gemacht worden, den ganzen Tag still zu sitzen. Da gibt's Studien. Und sagt nichts über dein Intellekt aus, wenn du das nicht kannst. Ja. Ja. Da bist du dann sogar intelligenter. Ja, da gibt's sogar Studien, meine lieben Freunde, falls ihr denkt, das ist Müllgelaber hier, so, da gibt's offizielle Studien, die das belegen, dass es gerade bei Männern so ist, dass die mehr Bewegung brauchen, so. Das ist auch der Grund, warum auch Frauen, Mädels in der Schule auch dann besser funktionieren und die Sachen, die uns da beigebracht werden, besser machen können. Dieses auswendig lernen und dieses sich konzentrieren und dieses, deswegen ist es ja auch so, dass mittlerweile drei Viertel in Amerika von den Unis, äh, Frauen sind. So. Ja. Das ist crazy, diese Entwicklung. Und das, ja, mal gucken, wo das hinführt noch in Zukunft, so, weißt du. Was mir halt wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, wenn man darüber redet, so, ne, über die ganzen Probleme, die auch in der Welt ablaufen und dann zum Glück auch Lösungsansätze schon im Kopf hat, so, was meiner Meinung nach, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, was für mich persönlich extrem wichtig geworden ist, auch nach dieser Corona-Zeit, ist einfach Glaube, so. Auf jeden Fall. Glaube auch an was Höheres, Glaube an Gott und Spiritualität, weißt du, in die Ruhe reinkommen, in die Mitte reinkommen, sich von dem, was im Außen passiert, nicht so krass beeinflussen lassen, so, dass man seine Mitte verliert und nervös ist und nicht mehr klar und vernünftig denken kann, was mit vielen Leuten passiert, wenn du den ganzen Tag zugemüllt wirst mit dem Bösen, was auf der Welt passiert, so, weißt du, da passiert das, da ist der Äckere, Corona, ihr müsst jetzt alle Angst haben und so. Und wenn du aber in einer stabilen Mitte bei dir selber bist, so, dann kannst du mit diesen ganzen Sachen viel besser umgehen und auch viel klarere, bessere Entscheidungen treffen, so, weißt du, was sagst du dazu? Ich sage, dass ich dir zu 100% Recht gebe und ein Clip, der irgendwann mal irgendjemand von mir erstellt hat, der auch ziemlich hohe Reichweite generiert hat, da bin ich ziemlich aus dem Off, weil es gar nicht das Thema war, gefragt worden, warum ich mir das überhaupt alles angetan habe und wieso ich nicht einfach mit der, also mir wird nachgesagt, ich wäre ein guter Rhetoriker, wieso ich nicht einfach auch irgendwelche Game-Streame, Glücksspiel-Streame, Casino mache, zu Funk gehe und dann habe ich halt gesagt, dass ich das nicht kann und das ist der ganz einfache Grund, dass ich an Gott glaube und dass unser Leben eine Bestimmung erfüllen soll, ja, und wir alle eine Bestimmung haben und die liegt nicht darin, degeneratives Verhalten zu befördern, ja, und dass ich auch zutiefst gläubig bin. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, gerade an jüngere Menschen, es ist keine Schande, gläubiger Mensch zu sein oder man darf aber halt nicht auch wie falschen Stolz dann seine Religion vor sich her tragen und darauf seinen ganzen Charakter aufbauen, aber es ist nichts falsch daran, für etwas einzustehen und an etwas zu glauben, was nicht jetzt die Wissenschaft oder der Staat ist, wie uns das verkauft wird. Ja, feiere ich, denke ich, stabil. Also davor habe ich auch extrem Respekt, bei mir ist das genauso. Ich habe ja früher sehr mainstreamigen Content gemacht, so, ne, ich habe ja, weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ich finde das nicht schlimm, wenn das einer macht, ne, nur, ähm, ich konnte das halt leider noch nie, aber das wird dir ja wahrscheinlich auch geholfen haben, was die Reichweite angeht. Erstens das und zweitens kam bei mir dann halt, bei mir kam halt irgendwann dann der Punkt und das war in der Corona-Zeit, wo ich dann halt gemerkt habe, dass meine Aufgabe mehr ist als das, als einfach nur Leute zu unterhalten, weißt du, und, 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 Leute zum Lachen zu bringen und zu entertainen und so, was ich auch nicht schlimm finde, was ich auch heutzutage immer noch mache, so, teilweise, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mehr bin als das und habe dann die Eier auch dazu gehabt, dem zu folgen, so, weißt du. Ich glaube, es gibt einige Content-Creator, die das in sich fühlen und spüren, dass eigentlich dieses ständige nur sich zum Klauen und Affen zu machen und Leute zu unterhalten und das zu tun, was andere von einem sehen wollen, ähm, tut Menschen auch langfristig nicht gut, weil ich glaube, keiner ist dafür gemacht, das nur zu machen, sein ganzes Leben lang, so. Ich glaube, wir haben alle einen tieferen Sinn, warum wir überhaupt geboren sind und hier auf der Erde sind, so, und wenn wir da ein Calling fühlen und wenn wir da spüren, ey, ich sollte eigentlich diesen Weg gehen, dann sollten wir dem auch folgen und ich glaube, dass dieses ganze Drogen, Alkohol und diese Sexsucht und das alles so extrem ist, gerade in dieser Entertainment-Branche ist genau deswegen, weil ganz viele Leute sich selbst betäuben müssen, weil sie ihrem Herzen nicht folgen, sondern nur von Zuschauern gelenkt werden und vom Mainstream und ich muss da stattfinden und ich muss das Geld verdienen und so und gar nicht darauf hören, was sagt in meiner Seele, was eigentlich meine Bestimmung ist hier auf der Welt, so, weißt du? Ja. Ich hab ein halbes Jahr quasi, ähm, könnte man im Nachhinein schon als Kreuzzug bezeichnen, ich hab ein halbes Jahr, ähm, Studien rezitiert, ich hab Experten zu Wort kommen lassen und versucht, meine Community von dem Konsum von Pornografie wegzuholen, weil ich halt gemerkt habe, dass es die Leute, ähm, ja, in allen Lebensbereichen einschränkt und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du, weil wir haben es eben nochmal Revue passieren lassen im Stream, der Waldgänger gelesen hast, dieser Funken, diese in uns keimende, ich nenne es jetzt mal Wut, Wut muss nicht immer was Schlechtes sein, nicht falsch verstehen, die wird auch dadurch unterdrückt, dass man sich schnell nicht diese schnelle Befriedigung holt, aber genau die hätten wir in viel größerem Ausmaße während Corona gebraucht oder beim nächsten Angriff gegen unsere Freiheit und es betäubt uns einfach nur und auch Tipps an die, an die Jungs hier, es kann auch zu, ähm, ja, Folgeschäden führen, ich hab mit einem Urologen gesprochen, weißt du, wer die größte Zielmasse ist, was, äh, so Potenzmittel angeht, die beim Urologen sind, die befinden sich im Alter zwischen 16 und 25, wir haben eine Epidemie, Leon, eine Epidemie, die, da geht nichts mehr ohne Tablette, bei, bei, bei Jugendlichen, wo der Testo normalerweise nur so durch die Decke schießt, die haben sich das kaputt gemacht. Das macht, das macht für mich total Sinn, ich hab jetzt, seitdem ich hier in Mexiko bin, aufgehört, Pornos zu gucken, ne, ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre so. Bin ich jetzt raus aus dem Game und meine Sexualität hat sich total verändert, so. Ja, natürlich. Es ist einfach wieder ganz anders, es ist einfach wieder, ich hab mich, am Anfang hab ich mich gefühlt, als ob ich wieder Jungfrau wäre, so. Also wirklich empfindlich gewesen, extrem und die Bedeutung auch, was Sex angeht zum Beispiel, ist dann, hat sich brutal verändert, weißt du, das macht ja auch Sinn, wenn du dir jeden Abend Filme reinziehst, wie Menschen, die du nicht kennst, Sex miteinander, dann stumpft dich das ja extrem ab, du fühlst gar nichts mehr, wenn du Sex hast mit einer echten Frau oder so, weißt du, du merkst da gar nichts mehr. Teilweise, bei mir war das so gewesen, dass ich sogar teilweise während dem Sex manchmal mit meiner Freundin damals dachte, ey, ist voll langweilig. Ich würd jetzt gerne lieber mir irgendeinen Film reinziehen, so, weißt du. Stark, dass du so offen auch darüber sprichst, denn du bist jemand, zu dem jugendliche Aufsehen und das sollten sie auch, weil du hast einen hervorragend in Schuss gehaltenen Körper, das ist schon mal sehr wichtig, das ist die halbe Miete und du scheust auch nicht davor, solche Sachen offen auszusprechen. Viele haben ja auch Angst oder denken dann so, wenn sie jemanden wie dich sehen, der ist so perfekt, der kann leicht reden. Nein, ihr seht ja gerade, wenn ich mal in den Chat sprechen darf, auch der gute Leon hier sagt es uns gerade, das war für ihn eine völlig neue Erfahrung und er ist froh, dass er da raus ist. Lass mich ganz kurz auf jemanden im Stream eingehen, großen Respekt an dich, dass du Bescheid weißt über Alistair Crowley oder Alistair Crowley und kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzusehen, wie er das dritte Auge öffnen wollte bei Kindern und dann mal Parallelen ziehen in unsere Realität, was diese Leute mit unseren Kindern vorhaben. Das ist nämlich mein nächster großer Punkt, wo ich seit Jahren gegen angehe und ankämpfe und wann immer ich eine Plattform bekomme, mache ich das, so wie jetzt hier auch. Die wollen buchstäblich Frühsexualisierung an unseren Kitas und Grundschulen normalisieren. Leute, die wollen an eure Kinder. Das siehst du ja auf allen Ebenen. Ist so. Das siehst du aber auch auf allen Ebenen, Bro. Das kannst du ja gar nicht mehr verneinen, dass das so ist. Diese Übersexualisierung von unserer Gesellschaft ist ja extrem. Warum wollen die denn jetzt anfangen, auch schon in Kindergärten und so irgendwelche Sexualitätssachen als Thema zu bringen, so? Weißt du? Da muss man sich einfach auch mal überlegen, wer hat denn einen Vorteil davon dann auch, wenn Kinder übersexualisiert sind? Wer feiert das denn? Wer wird das denn fühlen im Endeffekt? Weißt du, wie ich meine? Genau. Ja, Digga, wir wissen alle, wer das fühlen wird, so. Ja, wir brauchen dich gar nicht aussprechen. Nee, und die Leute müssen sich auch mal mit Sachen wie zum Beispiel das Kentler-Experiment auseinandersetzen. Das ist noch gar nicht so lange her in Deutschland, wo diese fucking Pädophilie auch befürwortet wurde und dann sogar von staatlicher Seite mitgearbeitet wurde, so. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, das ist auch eine Sache, wo man eigentlich auch nicht mehr, du kannst das nicht mehr verneinen. Und ich finde, wir sind auch, weil du gesagt hast, ich finde es cool, dass du offen darüber redest. Ich bin mittlerweile an einen Punkt gekommen, wo es mir egal ist, was andere Leute denken. Ich sage das, was mein Herz mir sagt und ich sage das, was ich fühle. Und wenn ich Probleme hatte mit irgendwelchen Dingen in meinem Leben oder wenn mich irgendwas beschäftigt, dann spreche ich das an. Ist mir scheißegal. So, ob ich dann irgendwie komisch dargestellt werde oder komisch aussehe. Es gibt ja auch voll viele Leute, die zum Beispiel Videos über mich machen, Reactions auf meine Videos. Ja, ja, fast jeden Tag kommt einer. Und da machen die sich dann lustig, oder was? Die machen sich über mich lustig, die versuchen mich irgendwie hinzustellen und framen mich halt in eine gewisse Ecke und so. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber ich bin zum Glück an diesen Punkt gekommen, wo ich mir sage, ist mir scheißegal, wer was über mich sagt. Ich folge einfach meiner Mission und lasse mich von niemandem davon abbringen. Weißt du? Und ich merke halt, dass es, dass wenn du das tust, dann ziehst du auch immer mehr Leute in dein Leben auch rein, die ähnliches Gedankengut haben und ähnlich ticken wie du. Wie du jetzt zum Beispiel. Von den Sachen, die du gesagt hast, 90 Prozent bin ich genau auf deiner Linie so. Weißt du? Ja, ist ja kein Zufall, dass wir hier quatschen, ne? So, und das finde ich halt eine geile Sache so. Und ich glaube, das passiert automatisch, wenn du einfach deinem Herzen folgst und das tust, was du für richtig hältst, dass du Leute in dein Leben reinziehst, die das Gleiche tun. Und dann seht ihr euch, dann fühlt ihr euch, dann merkt ihr, ihr seid nicht alleine und dann zieht ihr noch mehr weiter durch so, weißt du? Das ist einfach eine geile Sache. Soll ich dich mal kurz schocken? Weißt du, dass du einen meiner ältesten Freunde kennst? Echt? Sei persönlich? Ich glaube, ihr habt euch auch mal getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ihr kennt euch auf jeden Fall. Ihr kennt euch safe. Echt? Wer denn? Ja. Und zwar einer meiner ältesten Freunde, lange vor YouTube und lange bevor irgendwas war, ist der liebe Adlerson, der gute Max. Ah, der, der die Unboxings und so immer gemacht hat. Ja, ja, genau, der die Unboxings macht und genau, der Ossi da, der die ganze Ossi-Szene regiert. Ich schwöre dir, der hat, der hat, das ist krass, Digga, der hat, glaube ich, während der Corona-Zeit oder um diese Zeit herum irgendwann mal auch bei mir Kommentare da gelassen und meinem zweiten Kanal gefolgt und so. Ich weiß noch. Da dachte ich mir auch so krass, weil wir hatten nie Kontakt. Was glaubst du denn, wenn so Anspielungen kamen in seinen Videos? Ich war da im Hintergrund und ich hab den immer scharf gemacht und auch darum gebrüllt und so. Stark. Stark, Alter. Geil. Schöne Grüße gegen euch. Was macht denn der aktuell? Der lebt das beste Leben so. Der hat sich auch in seinem Denken sehr viel weiterentwickelt und sehr befreit auch. Der hat ein paar Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Der Fatih hatte da einen Infarkt gehabt. Er ist auch relativ schwer erkrankt an Morbus Crohn. Ist jetzt aber auf dem Weg der Besserung, was ihm aber auch ein neues Bewusstsein gegeben hat zu seinem Körper. Und ja, der ist eigentlich nur am Videos aufnehmen, verreisen. Und der lässt auch immer ein bisschen so von sich halt durchleuchten, wie er so drauf ist. Der macht noch YouTube, wa? Ich glaube, ja klar, alles läuft auch. Und ich glaube, der ist auch eine wichtige Stimme auch für jüngere Menschen, die jetzt mit so Leuten wie uns nichts anfangen können, weil das hier ist halt nicht Tempelrun-Gameplay oder das hier ist halt schon ein bisschen, muss man sich konzentrieren, wenn man zuhört. Ja, 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 ja. Ja, ich meine, ich mache immer noch auch so ein bisschen, ich bin ja so mehr oder weniger auch in der Deutschrap-Bubble unterwegs gewesen, so lange Zeit. Aber es ist doch gut, rette die Leute da raus. Ja, ja, deswegen, ich habe immer... Hol die Leute aus dem Deutschrap raus, wirklich. Ich habe die, ich habe die, also ich habe da immer noch teilweise Zuschauer auch am Start und so und deswegen sind es nicht nur Leute, die jetzt hier miese, miese Verschwurbler sind oder so, sondern ich habe halt wirklich eine breit aufgestellte Community mittlerweile von allen, von allen verschiedenen Arten von Menschen, die verschiedene Backgrounds haben und so. Also ich habe wirklich von dem 18-jährigen Kenneck, der irgendwie Deutschrap fühlt, so bis hin zur 68- oder 79-jährigen Familienmutter, die sich auch meine Sachen reinzieht, weil ich halt auch so viele verschiedene Sachen mache, weißt du? Ich mache halt auch wirklich sehr viele verschiedene Sachen in verschiedene Richtungen, vor allen Dingen auch Spiritualität und diese ganzen Sachen und das ist halt einfach eine schöne Sache. Ich habe auch gemerkt, umso mehr ich in meinem Herzen folge, umso cooler ist auch die Community, so weißt du? Deswegen bin ich froh. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 32 geworden dieses Jahr. 32, same shit. Ich bin vor ein paar Tagen 34 geworden. Ja, alles Gute nachträglich. Danke dir, danke dir. Ja geil, Digga, Alter, feiere ich. Hast du irgendeine Frage vielleicht an mich oder so? Gibt es irgendwas, was dich interessiert? Noch so zum Abschluss? Ja, also du hast jetzt schon unbewusst ganz vieles, was mich interessiert hätte, beantwortet, ja. Ich hätte am meisten mich interessiert, ob wir uns auch menschlich tatsächlich verstehen würden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das freut mich mega. Ich hätte tatsächlich eine Frage noch, die ich dir stellen würde. Ab einem gewissen Punkt in deinem Leben hast du ja ziemlich krass, ja, abgerissen so, auch Deutschrap-mäßig warst du sehr bekannt. Ist jemals an dich jemand herangetreten, der dich quasi und dein Content kaufen wollte, um dass du irgendwas bestimmtes vertrittst, eine bestimmte Meinung oder so, wenn du das beantworten willst? Ich überlege gerade. Nee, Bro. Also es war nie so, dass jemand zu mir gesagt hat, ey, du kriegst das Sponsoring, wenn du das oder das verzählst oder die oder die Ideologie vertrittst, so weißt du. Was halt der Fall war bei mir ist, dass natürlich, als ich gewisse Sachen angesprochen habe, dann gewisse Leute sich sofort von mir distanziert haben, so weißt du. Ich habe eine eigene Klamottenmarke gehabt, ich war der erste YouTuber, der mit McFit eine Kooperation hatte, eine sehr große Kooperation auch, die dann auch ins Wasser gefallen ist. Also ich war echt, ich war echt, also bevor ich gecancelt wurde, war ich echt so, was Deals und das hat eigentlich gerade bei mir auch so richtig große Geldsachen haben auch gerade erst angefangen, kurz bevor ich gecancelt wurde, so weißt du. Und die wurden mir dann halt auch sofort weggenommen, so. Und ich bin dann halt wirklich von sehr viel, also fünfstellig im Monat runtergefallen auf gerade so Miete noch bezahlen und irgendwie was zu essen holen mäßig, so weißt du. Das war auf jeden Fall eine heftige Situation, ein heftiges Erlebnis. Aber es war nie so gewesen, dass irgendwelche Leute gesagt haben, ey, du musst jetzt das oder das erzählen, dann bekommst du den Vertrag. Was aber auf jeden Fall, was ich erlebt habe, ist, dass zum Beispiel ein Kollege, der war ja bei mir im Interview auch, mir in dem Interview erzählt hat, dass er Geld angeboten bekommen hat von einer. 20.000 Euro, ne? 50 waren es gewesen, glaube ich. Damit er gegen die AfD Propaganda macht, so weißt du. Ja. Das war so das, was ich am nächsten mitbekommen habe. Aber ansonsten, es ist halt so bei den ganzen Creator-Sachen und so, ne? Bei den ganzen Influencern und so. Das meiste passiert nicht direkt, weißt du. Es werden ein paar Exempel statuiert, so wie ich zum Beispiel in der Corona-Zeit und die lernen halt daraus. Die wissen halt schon, dass wenn die Sponsorings haben von der und der Marke, dass die gewisse Sachen einfach nicht sagen können. Das ist eigentlich schon so mittlerweile schon Common Sense geworden, so weißt du. Da kannst du nicht sagen, es gibt nur zwei Geschlechter oder keine Ahnung, irgendwie Corona war ein Scam oder was auch immer. Solche Sachen kannst du als Mainstream-Youtuber oder Influencer kannst du nicht sagen. Und das wissen die auch alle. So. Weißt du? Ja, aber guck mal, abschließend kann man doch trotzdem sagen, ne? Mal das Finanzielle hinten an. Nehmt euch an dem Bro ein Beispiel. Nagt nicht am Hungertuch. Der Mann sieht fit aus. Ihm geht's gut. Er strahlt was Positives aus. Es gibt definitiv Dinge im Leben, die sind wichtiger als Geld. Und das soll jetzt nicht heißen, macht Dinge unter der Voraussetzung, ihr werdet belohnt. Aber oftmals im Leben ist es so, wenn man Gutes tut, kommt Gutes zu einem zurück. Sollte nicht die Grundvoraussetzung sein, um Gutes zu tun. Aber ist ja hier ein schönes Beispiel dafür, dass es so funktionieren kann. So. Also es ist auch am Ende des Tages für mich persönlich, ich hab bis heute noch finanziell damit zu kämpfen, was damals passiert ist auf jeden Fall. Und das wird sich auch... Schulden? Oder haben sie dich verklagt? Ja, ja. Viele Sachen. Finanzamt, dies, das, bla bla bla. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Dann kannst du dir ja vorstellen, wenn du, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Euro oder 10.000 im Monat verdienst und dann auf einmal null verdienst, dann die Steuern, die von dem letzten Jahr... Ja, Steuervorauszahlung für drei Monate und so weiter. Diese ganzen Sachen so, Schätzungen etc. pp. Das ist alles auf jeden Fall immer noch so... schwebt immer noch über mir. Aber am Ende des Tages bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, Digga, guck mal, von diesem ganzen Scheiß nimmst du eh nichts mit ins Grab. Weißt du? Ich hab heute von vielen Leuten hier im Chat gesagt bekommen, dass ich deren Leben beeinflusst hab in eine positive Richtung. Und wenn ich morgen sterbe, dann bleibt das. Weil die haben da was mitgenommen und das wird weiter in der Welt getragen. Mein Mindset, das, was ich verbreite, das, was ich als Message da lasse. Diese Sachen sind viel wichtiger, als wie viele Autos ich mir gekauft hab oder welche Kette ich trage oder was auch immer so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist mir halt bewusst geworden. Richtig. Und da versuche ich, den Fokus draufzulegen. Und ich glaube auch wirklich, dass wenn du deinem Herzen folgst und wenn du deiner Message folgst und dem folgst, für was du berufen bist hier auf der Welt, da kommt das Wort Berufung übrigens her, wenn du dem folgst, dann wird Gott dich auch niemals fallen lassen. Also ich wurde noch nie so fallen gelassen, dass ich nicht ein Dach über dem Kopf und was zu essen hatte. Und das ist schon Reichtum eigentlich, wenn du es vergleichst mit 80% auf dem Rest der Welt. Es gibt Menschen, die haben kein Dach über dem Kopf, die haben kein warmes Wasser, die haben kein Bett, die haben nichts zu trinken und zu essen jeden Tag. Weißt du? Und ich hab halt gelernt, auch für diese Sachen schon dankbar zu sein, sodass mich auch eine finanzielle Krise nicht mehr so beeinflussen kann, dass ich jetzt mich selbst aufgeben würde oder so, weißt du? Klar, auf jeden Fall, das merkt man ja auch zu 100%. Was ich noch interessant finde, weil du gerade gesagt hast, dass dir die Leute auch schreiben, dass du ihr Leben positiv beeinflusst hast. Das ist Gott sei Dank auch etwas, was ich so häufig aus meinem Stream heraushöre. Und ich hab irgendwann mal angefangen mit zwölf Zuschauern. Und ich hab damals einen Satz gesagt und daran bin ich dann Jahre später gemessen worden von jemandem. Du hast damals gesagt, dass du, wenn jemand jemanden zum Reden braucht und der niemanden auf der Welt mehr hat, du redest mit dem. Dann hab ich gesagt, ja, okay, komm. Und tatsächlich ist es dann so gekommen und es passiert so alle fünf, sechs Monate mal, jetzt vor kurzem wieder, dass ich dann mit jemandem rede, weil die sonst niemanden haben. Und da sind tatsächlich Leute darunter, die mir so das gesagt haben, wenn sie jetzt dieses Gespräch nicht gehabt hätten, hätten sie gar kein Gespräch mehr geführt. Und das gibt mir nochmal eine völlig andere Motivation, auf jeden Betrag der Welt einfach zu scheißen. Ist mir scheißegal, weil das ist unbezahlbar. Und das sage ich auch den Leuten immer, wenn der Leidensdruck zu groß wird an die Patrioten und diejenigen, die Patriotismus sich auf die Fahne geschrieben haben, bevor wir euch verlieren, bevor euer Land euch verliert, bevor ihr tot seid, zieht Auswanderung in Betracht. Das hat nichts mit Feigling zu tun. Feige wäre es, den Notexit zu wählen. Wir möchten jeden von euch erhalten haben. Und das ist auch eine, glaube ich, Message, die man den Leuten mitgeben sollte. Gerade wenn jemand so patriotisch unterwegs ist und denkt, das wäre ein Verrat oder so, habe ich ganz oft bei den Leuten gemerkt, diese hafte Haltung und die, ne, Digga, bevor du dir was antust, pack deine sieben Sachen und werd woanders doch glücklich. Geh dahin, wo man dich gut behandelt. Ja, ja. Krass. Damit wurde ich selber noch gar nicht konfrontiert mit Leuten, die gesagt haben, ey, ich kann hier nicht weg, weil ich zu patriotisch bin, obwohl ich mich hier schlecht fühle. So. Krass. Krass. Gibt es jede Menge solcher Leute, die haben eine tiefe heimatverbundene Liebe. Das sollte übrigens jedes Volk von seiner Heimat haben. Das ist was ganz Natürliches. Wurde ja bei den Deutschen leider ausgetrieben. So, ja, 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 ja. Ja, genau. Diese ganzen Dinge wurden dem Deutschen sukzessive ausgetrieben. Und, ne, da musste ich für jeden Satz quasi schon halb entschuldigen, bevor der Satz überhaupt zu Ende gesprochen wurde. Facts. Und ich denke, dass mein Erscheinungsbild zum Beispiel, ich habe einen italienischen Vater, eine deutsche Mutter. Ja, ich habe einen großen schwarzen Bart. Das hilft natürlich. Somit kann ich mich etwas offener äußern, als das jetzt zum Beispiel jemand anders könnte. Du natürlich auch. Wir können, und das sollten wir auch genauso ausnutzen, wie andere das auch machen. Wir sollten das ausnutzen und die Dinge einfach beim Namen benennen. Weil was wollen sie uns anhängen? Bin ich der nächste Hitler, du der nächste Goebbels? In welcher Welt? Ja, das haben die alles bei mir schon versucht, Bro. Was soll ich dir sagen, Digga? Ja, doch. Bei mir doch auch. Es ist zwar brutal so, ne, Bro. Das macht bei mir halt überhaupt gar keinen Sinn. Aber am Ende des Tages haben die das trotzdem versucht. Mit dieser Rechtskeule und so. Geist ist krank, Alter. Also, das ist halt auch so ein Ding, gerade in Deutschland, weißt du? Wenn du irgendwie nur ein bisschen traditionell, ich habe mir jetzt das Video reingezogen, es gibt so einen Trend irgendwie, wo Frauen jetzt gerade so wieder dieses Traditionelle ein bisschen anschmeißen. Bad Wife wird direkt verrufen. Genau. Ist direkt rechtsextrem, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt so eine Sache, wo ich denke, Bro, Alter, ihr macht es halt auch wirklich kaputt. Also, die checken auch gar nicht, wenn die das die ganze Zeit so verlächerlichen und wirklich Leute, die einfach nur traditionell sind, als rechtsextrem darstellen, dass die Rechtsextremen, die wirklich rechtsextrem sind, sich dann freuen, weil das gar keine Bedeutung mehr hat, rechtsextrem zu sein, weißt du? Ich habe öfter mal versucht, Ausschau zu halten, aber wie ist denn heutzutage noch rechtsextrem? Es reicht ja schon, an Grundsätze der Biologie zu glauben. Also, von daher ist es heutzutage kein Kunst mehr. Es gibt halt aber auch richtige Nazis, Bro, weißt du? Da spreche ich aus Erfahrung. So. Die gibt's halt. Klar. Die rumlaufen und dann so einen Jungen wie mich, wenn der so aussieht wie ich, dann töten wollen, weißt du? So. Die gibt's halt. Aber nicht in der Zahl, wie es uns halt verkauft werden soll. Nein, diese Leute, die traditionell sind oder die ganz normal einfach sagen, ey, keine Ahnung, die halt rechts angelehnt sind. Rechts sein ist ja erstmal nichts Schlimmes. Es geht ja ins Extreme. So wie, wenn man normal links ist, ne? Das kann's ja auch sein, aber das ist ja leider ausgeartet. So, Bro. So. Und deswegen, es ist halt meiner Meinung nach gefährlich, wenn die Leute, die einfach nur traditionell sind oder ein bisschen patriotisch sind oder einfach, äh, äh, traditionell, ja, wie gesagt, traditionell sind, als Rechtsextrem hinstellt, dann verliert Rechtsextrem, die echten Rechtsextremen, das verliert dann an Wert so ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist dann, das wird dann alles in eine Ecke reingeframed und die sind jetzt alle das Gleiche so und das ist halt einfach dumm. Das ist halt einfach dumm. So wie das Wort Killer-Virus. Ich werd nie wieder im Leben irgendjemanden ernst nehmen können, der mir von einem Killer-Virus erzählt und dann werd ich wahrscheinlich in meiner eigenen Blödheit sterben, weil dann wirklich einer kommt und ich mich drüber lustig mach. So. So, da ja. Weil natürlich, ich streu immer noch ein bisschen Salz, bevor wir uns gleich verabschieden. Äh, gibt's denn Viren überhaupt? Gibt's dafür einen Beweis? Äh, man weiß es nicht so, ne? Also. Echt? Gehst du so weit, sagst du? Gibt keine Viren? Also, schau mal, das Ding ist, die Frage ist, geht's so weit oder? Guck mal, jetzt sind wir mies in der Schwurbelei drin, meine lieben Freunde. Jetzt sind wir mies in der Schwurbelei drin. Dürft mal gerne jetzt schon mal die Aluhüte auspacken. Jetzt die Aluhüte auf den Kopf. Also, so tief bin ich jetzt persönlich auch nicht drin, aber geh mal rein, erzähl mal. Ich geh jetzt rein, pass auf. Ich seh das aus folgender Perspektive. Alle Jubelmonate klopfe ich meine Community ab und guck, ob die gelernt haben. Und wie mach ich das? Ich hau auf einmal raus wie, keine Ahnung, ob die Erde rund ist, weiß ich nicht. Und ich mach das natürlich, um zu sehen, sind die Leute so in ihrer kognitiven Dissonanz gefangen, dass ich jetzt einen Shitstorm bekomme? Oder aber denken die sich, naja gut, dann lass ich ihm die Meinung, die tut mir ja nicht weh, ja? Und dann kannst du natürlich Gleichnis ziehen zu geimpft, ungeimpft, ja? Wenn ich das doch so glaube in dem Moment, naja gut, ich nehm dir dadurch ja nichts weg, ne? Kannst du das akzeptieren oder hast du in meinem Stream nichts gelernt? Und genauso mach ich das mit einer Aussage wie mit, ja, gibt's denn Viren? Kannst du mir das beweisen? Na ja gut, jetzt kannst du dich natürlich ans Internet setzen und mir die ganzen Sachen schicken, wo steht, dass es Viren gibt? Dann mach ich das auch, ja? Wohin führt das? Du willst quasi, du willst quasi nur sehen, ob Menschen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eine Meinung haben, die vielleicht von anderen als crazy dargestellt wird? Ja, ohne den anderen zu diffamieren, weil wenn das nicht aufhört, dann bewegen wir uns in wirklich extreme Zeiten. Facts. Ja, hier, Black schreibt es gerade, ich hab mal die Community provoziert und hab gesagt, also ich nicht gesagt, aber so ein Video geschickt wurde, was gesagt wurde. Das Atombomben. Es gibt keine Atombomben, ja? Warte mal kurz, wir müssen kurz, da müssen wir kurz einhaken, das ist so mein Thema, so rund oder flach? Bei der Erde jetzt? Ja. Ich sag mal so, es gibt sowohl für die Form rund als auch flach durchaus stichhaltige Beweise. Ich würde mir kein finales Urteil anmaßen, bis nicht du und ich ins All geflogen sind und wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Okay, was, wo, wo, eigentlich die richtige Antwort wäre, wer da noch gewesen, aber nein, Spaß, das ist so ein Meme von mir, Digga. Scheiße, hab ich mich disqualifiziert, scheiße. Spaß, wohin tendierst du denn? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, du willst, dass ich mich festlege. Nee, 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 also ich will ein Gefühl dafür bekommen, so, was so deine... Ich sag dir ehrlich, wohin ich tendiere, okay, und ich geb dir auch die Begründung. Also, ich tendiere dazu, dass es irgendeine andere Form hat, als die, die uns offiziell gesagt wird, weil man uns halt die ganze Zeit offiziell verarschen will. Was sagt man denn offiziell eigentlich? Sagt man offiziell, dass es wirklich eine Kugel ist, also dass sie rund rund ist? Erdähnlich, Rundungen, ne, und Fischaugen, Linsen, das ist halt auch noch die Frage, es kommt drauf an, welches offiziell. Ich würde mich jetzt auf Grundstuhl oder auf Lehrbücher berufen, ja, da steht ja definitiv nicht drin, dass die Erde flach ist, ja. Und deswegen würde ich halt einfach so weit, wie es geht, von der gängigen Meinung eines Lehrbuchs abweichen wollen, meiner Feststellung, aus Prinzip, ja. Aus Prinzip, verstehe, verstehe. Guck mal, hier gibt es echte Fotos von der Erde, gute Frage. Gibt es die? Ich weiß es nicht, ne? Nee, gibt es nicht. Wenn du es weißt, sag es mir ruhig. Gibt es nicht. Ich sage nein, gibt es nicht, richtig. Nee, gibt es nicht, gibt es nicht, aber das sagen die auch selber, das sagt die Nase auch selber. Das sind alles erstellte Fotos, die, also das sagen die auch selber, es gibt da Videos von den Leuten, die die Erdfotos bearbeiten quasi. Das sind eigentlich nur zusammen, das ist eigentlich komplett erstellte Bilder und die erstellen die mit Daten, die die haben von Satelliten quasi. Weißt du? Und dann machen die den Wind rein und machen die die Meere rein und die Farben verändern die und so, das ist offiziell, auf jeden Fall. Ist halt bei mir persönlich, ich persönlich, also für mich ist, mir ist das gar nicht so krass wichtig, um ehrlich zu sein, so irgendwie. Das war schon immer bei mir. Ja, du merkst, ja. Und ich habe mir dann gedacht, okay krass, es gibt Leute, die denken, dass die Erde nicht rund ist und dann hat man sich da mal ein bisschen auseinandergesetzt und ein bisschen beschäftigt. Auf beiden Seiten, so. Ich habe mir also Videos reingezogen, die sagen, dass die Erde flach ist. Dann habe ich mir Videos reingezogen, die diese Videos reacted und reagiert haben mit Wissenschaftlern und gesagt haben, nein, das und das ist falsch, was die erzählen. Und am Ende des Tages bin ich auch zu dem Entschluss gehabt, so, I don't give a fuck. Weißt du, für mich ist es eigentlich, mir ist es eigentlich relativ egal. Ich persönlich muss sagen. Das wird den weiteren Ausgang unseres Lebens nicht beeinflussen. So, aber ich muss auch echt sagen, und dafür mögen mich auch die ein oder anderen Schwurbler hier bei mir in der Community nicht, ich tendiere dazu, dass die Erde rund ist. Für mich macht es einfach mehr Sinn. Weil ich auch glaube, dass der Mond rund ist und die Sonne rund ist und keine Ahnung, irgendwie sacken mir meine Eier, wenn man das mal so auf Straßenjargon sagen darf. Meine Eier sagen mir, die Erde ist rund. Aber guck mal, was für eine wertvolle Lektion an die Community, an den Chat. Wir haben da jetzt anscheinend eine Meinungsverschiedenheit und schau mal, weder nennen wir uns jetzt Nazi, noch Schwurbler, noch drohen wir uns jetzt mit Gewalt, sondern gut, da haben wir halt jetzt eine andere Meinung zu und ja, das Gespräch geht munter weiter. Ja, so, so und das war auch schon immer bei mir so gewesen, weißt du, und ich fand das halt so extrem damals, wo jemand bei mir im Interview auch die Form der Erde mal hinterfragt hat und eigentlich gar kein finales Statement gegeben hat, sondern einfach nur gesagt hat, weder noch, wie dann da auch drauf rumgehackt wurde und was der auch, also mit was für Konsequenzen diejenigen, die sowas sagen, auch dann zu rechnen haben. Das finde ich so crazy. Ich finde das so krass und wie krass von oben herab sich dann lustig gemacht wird über Leute, die eine andere Theorie haben und so, Bro. Aber das hat mir auch gezeigt, wie Menschen miteinander umgehen und da merke ich immer wieder, bei den meisten Menschen fehlt einfach Gott im Leben. Liebe. Ja, Liebe, Liebe fehlt da, ganz viel elterliche Fürsorge und mehr elterliche Fürsorge, weniger staatliches Diktat. Überleg mal jemanden anzufeinden, weil er die Form der Erde anzweifelt. Das ist crazy. Also was sich da für Hass entlädt, ich nenne das immer die kognitive Dissonanz, bis es wehtut. Und deswegen stichle ich da gerne rum und mache auch gerne an der Community so Experimente und sage, ey, es gibt keine Atombomben, die Erde ist so und so. Einfach mal gucken, wer wird jetzt plötzlich mir gegenüber ausfallend oder aggressiv, der muss halt nochmal den Kurs von Neuem besuchen. So. Ja, ich finde es auch geil. Also ich mache das auch gerne. Ich unterhalte mich halt auch übrigens gerne, also ich unterhalte mich zum Beispiel auch gerne mit Leuten, die eine andere Meinung haben. So, weißt du, ich habe ja letztens auch einen Discord-Talk gehabt mit Imp. Kennst du Imp? Ja, ja klar. Habe ich früher auch regelmäßig konsumiert, ist dann mir irgendwann nicht mehr so, keine Ahnung. Also ich glaube, der hat sich da ein bisschen angebiedert auch, was ja auch okay ist, um Gottes Willen. Ich gönne ihm alles, aber war für mich irgendwann nicht mehr so interessant. Aber cooler Typ, so, was ich früher geguckt habe. So, dann habe ich auch einen Discord-Talk mit dem und Cassius Clay gemacht, so einen Battle-Rapper. Und dann haben die auch komplett andere Meinungen eigentlich bei vielen Sachen, aber einen schönen Talk gehabt. So, weißt du, und das war auch sehr geil für die Community. Ich finde sowas brutal wichtig, so. Aber falls das hier auch gerade irgendjemand sieht, der eine andere Meinung hat, auch gerne einen Streamer oder so. Ich unterhalte mich brutal gerne mit Leuten, die auch eine andere Meinung haben. Weil ich glaube, da, weißt du, da können sich auch mehr Leute dann wieder mit identifizieren. Und dann kriegt man auch Leute, die eventuell vielleicht erst mal gedacht haben, ey, nee, das ist ja nur komische Schwurbelei. Und dann kann man die aber trotzdem mit Argumenten füttern. Und dann kommen die vielleicht auch auf den Trichter und sagen dann, ey, ich hinterfrage das nochmal und so. Also ich finde es immer geil, mit Leuten zu quatschen, auch wenn die eine andere Meinung haben. Das ist doch das, was dem Ganzen Würze verleiht. Wenn ich mich ständig nur mit jemandem hinsetzen würde, ja, so harmonisch, wie das bei uns beiden jetzt gerade funktioniert. Wenn wir das fünfmal die Woche machen würden, wird da keiner mehr einschalten. Weil wir uns halt mit den meisten Punkten einig sind. Du brauchst manchmal halt auch eine andere Meinung oder Reibung, klar. Sonst wird ja auch die Talkshow nicht funktionieren, auch wenn da meistens dann sieben Linke sitzen und ein Rechter. Und der wird dann fertig gemacht. So, so, hundertprozentig. Digga, geil. Feier ich. Mal wieder hier einen kennengelernt aus der Twitch-Community. Finde ich immer gut. Cool, Alter. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich wahnsinnig gefreut. Hat Spaß gemacht. Sehr guter Talk. Ey, auf jeden Fall mach weiter so. Und Respekt auch für deine Entscheidungen, die du getroffen hast und die Themen, die du ansprichst und so. Finde ich gut. Kann ich nur zurückgeben, den Respekt. Kein leichter Weg. Wir sprechen aus Erfahrung. Ich schalte bei dir auf jeden Fall auch mal ein. Und dann können wir ja mal demnächst auch vielleicht nochmal einen Talk anschmeißen mit Kamera. aufentspannt. Gerne, auf jeden Fall. Die Kamera, wenn ich streame, ist immer an. Geil. Alright, Bro. Dann hau rein, Majutzer. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao. Peace. Geiler Typ, Alter. Feier ich komplett, meine lieben Freunde. Sehr geil, oder? Ihr solltet öfter was zusammen machen, eventuell. War gut, Chat? Guter Talk, ne? Ich muss den mal abchecken. Jetzt hat. Leitet er mich auf Twitch rüber. Ah, Snäger, der hat voll den Bart, Bro. Geil, Alter. Warte mal kurz, Bruder. Richtiger Haji, Alter. Sympathico, Bro. Bro, fände ich jetzt nicht mit gerechnet, sage ich dir ehrlich. Digga, Alter, mit der Optik habe ich gar nicht gerechnet, sage ich dir ehrlich, Bro. Geiler Typ, Alter. Trinke nicht mehr, Video ist alt. Ah, vor zwei Jahren, krass. Sieht aber auch aus, als ob du irgendwas gefeiert hast, Majutzer. Einfach Kalaschnikow auf dem Arm, Bruder. Richtiger Gangster, Digga, Alter. Geil. Korrekt, hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen, Bro. Ich folge dir jetzt auf jeden Fall. Silvester. Ah, okay. Schaut aus wie ein Kollege. Jetzt hast du übertrieben, Bruder. Nein, 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 nein. Das, was dir da gerade passiert ist, Bruder, guck mal. Das passiert mir mit Kombucha. Nein, 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 nein. Oh, shit, Bro. Legende. Geil. Korrekt, Bro. Nächstes Mal müssen wir definitiv Talk mit Kamera machen, Bro. Ich glaube, die Leute, Bruder, würden es fühlen auf jeden Fall. Ich lade unser Gespräch, was wir gerade hatten, glaube ich, auch auf YouTube hoch. Oh, shit.